ARD Text im Auftrag von Funk Ehh, gewinnen wir das Game? Ja Nein Und wie wir das hier gewinnen, Jota? Den stimmt gar nicht Deine, ey, weil Kürlis Bernfall ist da noch Ist der eigentlich elektronisch? Ja Rissli? Ja, ja, genau Rissli? Yes Du Er ist raus aus dem Fenster, Hans ist im Club Guck mal mit dein Puls-Ding Stimmt Oh Mann Damit beweist es nun, dass alle Puls-Spieler behindert werden Sind Ich hab schon Wallach und Plotze gefackt Ah Sind oben irgendwo Ah Sind das Myrteil, glaub ich Die sind 38 Grad Ey, so ne Drohne Oh, das Dings wär jetzt voll übel geil, Alter So, du schweißt rein und du dürfst dich in den Gegner Das ist lächerlich, das Spiel Ich seh'n 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 hier, das unter der Coach rechts Funft sich auf sich Ich hab' den Kill Ich hab' den Kill Oh, Dennis, ich bin fast wieder reingegangen Guck' was da ist Hey Leute, hier irgendwo, äh, läuft ein Puls, ne? Puls Der Puls ist tot Das wird sich ja fehl Der Rook Der ist tot, Jonathan, der Puls Ja, jetzt Das braucht ein Gap Wenn ich eine Eidechse mit dir vergleichen würde Da war die Eidechse in der Eidechse und wo ist Dennis? Ich hätt' lieber ne Eidechse im Team als dich, Jonathan Ich hätt' lieber gar keinen Team als dich Obwohl, ich lass' hier noch nicht, weil sonst setzt sich drin Kann man schon oben irgendwo rein? Verpiss dich doch Kann da jemand reinforce'n? Ey, Dennis, du fängst gleich eine Beifall Ey, Dennis, wenn du jetzt nicht weggehst, bekommst du einen Headshot Die Gegner haben den Bio-gefahr und Behälter lokalisiert Ey, Dennis, du bist ein Bastard, gell? Darf ich reingehen? Kannst man die Fresse halten? Darf ich reingehen, bitte Nein! Sonst bekommst du einen Headshot What the fuck? Loh, willst du einen Snack? What the fuck? Obwohl, ich lass' hier noch nicht, weil sonst setzt sich Dennis da Das hat'n Schutzschilf Das hat'n Schutzschilf Dennis Dennis Dann ist der Skibet Ach, nee! Alter! 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 Der macht noch eins hier rein! Die Tür ist sicher! Hilf mir! Ich bin so eingesehen! Ich bin so eingesehen! Hilf mir! Hilf mir, Mann! Wir sind da an der Tür! Ey, ihr seid so wichser! Ich bin an dem Ding! Ich bin gleich tot! Ja, wie soll ich den denn aufmachen? Oh! Hm! Ist ne normale Tür, kann man einfach aufmachen! Bist du gestorben? Der hat dieses Ding reingehauen! Unsere zwei Stück! Boah, ich hab' richtig Bock! Hm! Oh! Ja! Komm her, mein Panda-Bärchen! Ah, jetzt bin's Werner! Nein! Du sagst doch jetzt nur für die Auflagen! Also, ich sorg' dafür! Du wirst jetzt hin! Ich werd' jetzt hier abgehen! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Lächerlich, das Spiel! Scheiss, Japong! Du bist lächerlich! Ah, Bastarde! Super, Jungs! Haha, umgebrochen! Ich glaub, sie sind der Köder! War aber neu! Nein! Ich will nicht sterben! Oh, ich hab' richtig Bock auf Jackie! Auf Jackie Chan! Auf Jackie! Auf Jackie! Checky, Checky! Ja! Auf Jackie! Nicht Jackie Chan! Nicht Jackie Chan, sondern Jackie! Du willst... Du willst Jackie Chan ficken? Nein! Chan! Auf Chan Chan! Der gibt'n... Ähm... Killer, wie kommst du auf Ideen, Jackie Chan zu ficken? Spielst du einfach mit denen gedacht? Du hast es gesagt! Wer hat den... Killer gerade in die Eier geschossen? Dennis! Klatsche los, Killer! Wenn die sterben... ... Du bist problematisch da, den Freddy ich bin! Ich darf nach ihnen damit abschätzen müssen! bis er die Geisel killt ok? ok wollen wir so ein Zeitlimit setzen? WHY YOU TAKE FOOLS? IS GEISEL Dennis komm zu mir Dennis ist ein Bastard Die haben die Geisel abgeschossen KERI KONZU NIE Alles klar Du musst dir gucken, wo ist die Geisel? Wauwauw Aufsache kill Der soll ich ja Arschlöcher Na guck mal Riedag hat ein Glück gemacht Außer du und der Alan Fox Ich bin halt cool Kannst nicht weiter gehen die Manta Doch Das haben wir oben in diesen Waffendingen gegeben Hier weißt du was? Ich sag dir mal eins ne? Ich Elena Es nicht Spam Es nicht Robot Ich schreibe drinnen Damit wir Kennen zu lernen Den Verkehr zu beginnen Siehst du was? Ich bin mega Ich bin super Du bist Erg Ich bin mega